Ja Metal Leute, Furchis Meinung ist mal wieder da und zwar will ich euch heute ein Stöpsel vorstellen, also Hier das ist so ein Stöpsel für den Abfluss, ja also ist richtig schön, hat einen tollen Griff, ist elastisch und ja falls man jetzt einen größeren Abfluss hat, dann gibt es natürlich verschiedene Größen, also richtig tolle Erfindung, die gefallen mir echt, ich bevorzuge hier den, weil den musst du nur leicht rein drücken und dann ist der super fest und bei dem, der flutscht irgendwie immer raus, warum auch immer, ja echt toll sowas, gefällt mir, kann ich jedem empfehlen, Muss in jedem Haushalt drin sein, also Metal of Leute Das war's, 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 das war's